Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Live the Mystery und es hat sich wieder einiges getan im Minecraft Development. Und das betrifft zuerst einmal die Skelette. Die haben nämlich jetzt eine schöne neue Animation bekommen. Man sieht regelrecht, wie sie auf den Spieler zielen und dann die Pfeile abschießen. Das war vorher ja nicht so. Und wo wir gerade schon bei Monstern sind, der liebe Serge hat einen ziemlich krassen Fact getwittert. Und zwar sieht man das hier im Bild ganz gut. Wenn man einen bestimmten Pfeil im Inventar bzw. im Köcher hat, und zwar den Spectral Arrow, dann werden Entities, also Monster, werden gehighlighted, wie hinter dem Baum oder hinten im Bild zu sehen in Rot und Blau. Und diese Farben sind tatsächlich die Teamfarben auf Servern. Und für jede Entity kann man das Ganze aber auch ausstellen, sodass sie nicht aufzufinden ist hinter Bäumen oder Wänden. Ich finde dieses Feature richtig, richtig geil. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Comments. So, wir bleiben nochmal kurz bei den Monstern bzw. insgesamt Entities. Und zwar hatte ich ja im letzten Video gezeigt, dass es demnächst zwei Hände geben wird. Und zwar nicht nur für den Spieler, sondern auch für alle anderen Entities und Mobs, wie hier zum Beispiel das Skelett, das eine Rose in der Hand hält. Warum auch nicht Schwert und Rose? Ja, ist ja naheliegend, ne? Muss man ja irgendwie abschneiden, die Rosen. Und nun zum letzten und gleichzeitig besten. Und zwar ist das ein Tweet vom lieben Jeb, der eine neue Dungeon ankündigt. Und zwar ist der im Ender. Und das sieht man auf diesem Foto, das er weiterhin postete. Man sieht da so, es gibt mindestens drei neue Blockarten und irgendwie so eine baumartige Struktur im Ender, in der Endwelt. Aber es lässt sich noch nicht so ganz rausfinden, was das ist. Und es hieß auch, dass es dann auf jeden Fall neue Mobs drin geben wird. Da bin ich auf jeden Fall richtig, richtig gespannt. Freue mich auf die 1.9. Mega, mega krass. Ich weiß nicht, was haltet ihr von den neuen Features, die dazukommen sollen? Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und teilt es fleißig. Jo, und wenn ihr neu auf unserem Kanal seid und Bock auf mehr habt, dann lasst doch einfach ein Abo da. Tut nicht weh und freut mich ziemlich. Checkt auf jeden Fall noch die beiden heutigen Redstone-Tutorials aus, wenn ihr Bock drauf habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, lasst die Welt heile. Macht's gut!